Herzlich willkommen bei der Elaskon. Die Elaskon-Gruppe ist der europäische Gesamtlösungsanbieter für elastische Verbundtragwerke, insbesondere Holzbetonverbund und Stahl-Stahlbetonverbund. Die HBV-Konstruktion löst die klassischen Probleme von Holztragwerken. Statik, Brandschutz, Schallschutz, Schwingungen. Laut einer Studie der TU Darmstadt ist gerade zwischen der Spannweite 4 und 8 Meter Holzbetonverbund die überlegene Lösung. Mit unseren europäischen Töchtern planen wir pro Jahr 150.000 Quadratmeter, wovon wir etwa die Hälfte selbst ausführen. Die EU-TAR hat uns für unseren Schubverbinder SFX2 die größten Tragfähigkeitswerte bescheinigt. Wir sind in Babenhausen in Hessen und stehen in einem ehemaligen Brauereigebäude aus dem 19. Jahrhundert und realisieren hier im zweiten OG eine Holzbetonverbunddecke. Im ersten Schritt markieren wir die äußeren Ränder der Bestandsbalken auf der verlorenen Schalung. Hierzu verwenden wir einen Schnurschlag. Im zweiten Schritt wird mittels Systemschablone das Einschraubbild auf die verlorene Schalung übertragen. Die Systemschablonen werden nach Statik und Werkplan automatisiert geplottet. Eine PE-Folie wird spannungsfrei, wannenförmig verlegt und mittels Hammertacker bauzeitlich fixiert. Um das Einschraubbild jederzeit zu erkennen, verwenden wir eine spezielle hochtransparente PE-Folie 200 µ Start. Unter einem Winkel von 45 Grad werden die Schubverbinder eingeschraubt. Nach Werkplan werden wir darunter leisten und darauf die konstruktive Grundbewehrung verlegt. Mit der Pumpe wird der Hochvlies reisfähigen Beton vergossen. Der Beton wird mit Schwappelstangen im Kreuzgang grob und fein verdichtet. Mit Elasko Cure 3 in 1 wird der Beton nachbehandelt. Die Elaskon Gruppe ist im Verbundbau der führende Systemanbieter in ganz Europa. Die Elasko Cure 3 in 1 wird der Beton nachbehandelt. Das ist ein Schubverbind. Das ist ein Schubverbind. Das ist ein Schubverbind. Das ist ein Schubverbind. Untertitelung des ZDF, 2020